Autobild Neuheiten Ich bin der Georg Kacher und das ist der Clip über Mercedes, genauer gesagt zur neuen E-Klasse. Die kommt ab 2016 in den bekannten Schattierungen, nicht mehr mit im Programm ist der geplante Van, der die R-Klasse ersetzen sollte. Dafür gibt es ein echtes E-Klasse Coupé und ein echtes E-Klasse Cabrio. Und darunter ist alles neu. MRA heißt das, Modulare Rail-Wheel-Drive Architecture, also Hinterrad-Architektur. Die ist leichter, die ist steifer, die ist vielseitiger, die bietet mehr Platz und sie ist für Mercedes auch ein bisschen günstiger in der Herstellung. Innen drinnen die bekannte Technik mit allen Assistenzsystemen, mit den meisten bekannten Motoren, aber ganz neu und nach Vorbild früherer Erfolgsmodelle, zwei Reihen Sechszylinder. Ein Diesel, 2,9 Liter Hubraum, ein Benziner, 3 Liter Hubraum, natürlich aufgeladen, natürlich EU6, natürlich alles das, was man braucht, sogar in Verbindung mit einer 9-Gang-Automatik, die noch sparsamer ist, sogar in Verbindung mit einem 90 kW starken Elektromotor als Plug-in-Hybrid und sogar in Verbindung mit Allradantrieb. Jetzt müsste man sie sich nur noch leisten können, die neue E-Klasse. Und jetzt muss man sie sich nur noch leisten können, die neue E-Klasse. Erfolgsmodelle